Hallo, mein Name ist Zorab Salimi und ich bin Gründer und CEO der Firma Scrum Academy in Köln. Heute erzähle ich euch was zu Scrum, einem simplen Framework, um bessere Produkte auf bessere Art und Weise zu erstellen. Scrum funktioniert wie folgt. Wie jede Produktentwicklung oder auch wie jedes Projekt startet Scrum mit einer Idee. In aller Regel stammt diese Idee von einer Gruppe von Personen, die wir der Einfachheit halber Stakeholder nähern. Diese Stakeholdergruppe können interne Stakeholder sein, beispielsweise andere Führungskräfte oder bis sogar ganz nach oben innerhalb eines Unternehmens zur Geschäftsführung oder auch externe Stakeholder, direkte Kunden, Auftraggeber. Von dieser Stakeholdergruppe oder einem Teil dieser Stakeholdergruppe wird in aller Regel auch ein Budget zur Verfügung gestellt. Scrum als Framework sagt nicht wie diese Budgeterstellung oder die Förderung eines Budgets funktioniert, sondern geht davon aus, dass ein Budget existiert. Produktidee und Budget werden gemeinschaftlich an eine Rolle in Scrum übertragen. Dies ist die Rolle des Product Owners. Ziel des Product Owners oder der Product Ownerin ist letztendlich etwas von Mehrwert, ein Produkt zu erstellen, was ein Großteil dieser Stakeholdergruppe zufrieden stellt, dazu beiträgt, dass sie unser Produkt auch kaufen. Das schafft der Product Owner natürlich nicht alleine. Und aus diesem Grund gibt es im Rahmen des Scrum Frameworks wiederum eine andere Gruppe von Personen, das sogenannte Development Team. Nicht zu verwechseln mit Software-Developern. Das Development Team hat zwei Kerncharakteristiken. Kerncharakteristikum Nummer eins ist, dass es ein sogenanntes Cross-Funktionales Team ist. Cross-Funktional bedeutet, dass alle Eigenschaften, alle Fähigkeiten, um das Produkt fertigzustellen, innerhalb dieses Teams vorhanden sind. Die zweite Eigenschaft ist, dass unser Development Team selbst organisiert ist. Selbst organisiert bedeutet wiederum, dass sie den Großteil ihrer Arbeit selbst organisiert vollziehen. Mit dieser Selbstorganisation geht natürlich auch eine gewisse Entscheidungsbefugnis, eine gewisse Macht einher. Product Owner und Development Team werden im Zuge des Scrum Frameworks von einer dritten Rolle ergänzt. Dies ist die Rolle des Scrum Masters. Jeder dieser Rollen hat ganz klare Zuständigkeit. Der Product Owner oder die Product Ownerin ist zuständig, für was wir bauen und in welcher Reihenfolge die Themen abgearbeitet werden. Das Development Team hat die Hoheit über die Art und Weise, wie das Produkt technisch realisiert, technisch umgesetzt wird. Der Scrum Master wiederum ist methodenverantwortlich, hält am Ende des Tages die Gesamtgruppe zusammen und sorgt dafür, dass wir Schritt für Schritt ein besseres Produkt bauen. Die drei Rollen zusammen bilden das sogenannte Scrum Team. Jetzt haben wir den ersten Baustein für unsere Reise zum sogenannten ersten Sprint identifiziert, nämlich die Zusammenstellung des Teams. Auch hier erläutert Scrum nicht, wie dieses Team zusammengestellt wird oder wer für die Zusammenstellung verantwortlich ist. Es geht einfach davon aus, dass dieses Team zusammengestellt wird. Der zweite Baustein, um in Richtung eines ersten Sprints zu kommen, sind sogenannte Regeln der Zusammenarbeit. Der Fachterminus hier sind Working Agreements. Working Agreements halten fest, wie wir als Gruppe, wie wir als Kollektiv innerhalb des Scrum Teams, aber vielleicht auch mit unseren Stakeholdern zusammenarbeiten möchten. Teil dieser Working Agreements kann sein, wie lange ein Sprint dauert oder an welchem Tag ein solcher Sprint beginnt. Andere Aspekte sind die Werte, die für uns als Team, als Kollektiv Relevanz haben, damit wir gut zusammenarbeiten können, damit wir performen können. Nach diesem Teil brauchen wir den dritten Baustein auf unserer Reise zum ersten Sprint. Das ist die sogenannte Produktvision. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist der Unterschied zwischen der Idee, die von der Stakeholdergruppe kommt und der Vision, die jetzt vor allem vom Product Owner erstellt wird. Die Vision beinhaltet vor allem ein höheres Level an Konkretisierung. Da wollen wir vor allem folgende Punkte drin haben. Punkt Nummer eins, für wen bauen wir das Produkt? Punkt Nummer zwei, was sind die Bedürfnisse dieser Zielgruppe? Punkt Nummer drei, wie sieht unser Produkt konkret aus und wie zahlt es auf diese Bedürfnisse ein? Was sind zum Beispiel Alleinstellungsmerkmale? Und Punkt Nummer vier, was bringt dieses Produkt für uns als Unternehmen? Also nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für uns. Wie zahlt es auf unsere Strategie ein? Aus dieser Produktvision kommend, leiten Product Owner, Entwicklungsteam und Stakeholder die ersten Anforderungen an das Produkt ab. Diese Anforderungen können im ersten Schritt auch sehr high level, sehr grob sein. Die Anforderungen nennen wir in der Fachsprache Product Backlog Items oder kurz PBIs. Diese Product Backlog Items bilden in Summe unser sogenanntes Product Backlog. Sprich, das Product Backlog ist letztendlich ein Container voll mit diversen Anforderungen. Ein gutes Product Backlog hat mehrere Charakteristiken. Der wichtigste Punkt ist, dass jedes Product Backlog priorisiert sein sollte, damit wir genau wissen, an welchen Themen wir als nächstes arbeiten möchten. Diese Themen sollten entsprechend aufbereitet sein, bevor wir sie in einen Sprint reinziehen. Das heißt, sie sollten möglichst klein sein, sie sollten klare Akzeptanzkriterien beinhalten. Was diese genauen Akzeptanzkriterien sind, legen Product Owner und Development Team gemeinschaftlich fest. Zudem ist ein gutes Product Backlog lebendig. Lebendig bedeutet, dass ständig neue Themen hinzukommen können und das werden wir später gemeinsam sehen, beziehungsweise die Reihenfolge dieser Themen sich ändern kann oder einige Themen auch komplett rausfallen können. Sobald wir jetzt das Team haben, die Working Agreements haben, eine Produkt Vision und unser Product Backlog, kann unser Scrum Team in einen ersten Sprint, eine erste Iteration einsteigen. In der Regel sind Sprints nicht länger als vier Wochen. Dies dient dazu, damit wir regelmäßige und häufige Feedbackzyklen haben. Den Anfang eines jeden Sprints markiert das Sprint Planning. Bei jedem der Events, auf die ich jetzt gleich eingehe, werden wir nochmal später in einzelnen Videos darauf eingehen, wer teilnimmt, was passiert und so weiter und so fort. Hier schauen wir uns das ganze High Level an. Im Hinblick auf das Sprint Planning bedeutet das, dass wir vor allem das Ziel festlegen, an dem wir in diesem Sprint arbeiten wollen. Anschließend das Team entscheidet, welche Items sie sich zumuten können. Natürlich orientieren sie sich an der Reihenfolge des Product Backlogs, was vom Product Owner festgelegt wurde. Und last but not least legt das Team fest, wie sie die Dinge umsetzen möchten. Alles was wir im Sprint Planning besprechen, wandert letztendlich in unser Sprint Backlog. Was nochmal etwas konkreter wird als das Product Backlog, aber gleichzeitig nur einen Teil dieses Product Backlogs enthält. Auf das Sprint Planning folgt eine Phase, die eigentlich keinen Namen hat. Ich nenne sie immer Delivery Phase. Ziel dieser Delivery Phase ist am Ende ein sogenanntes potenziell auslieferbares Produktinkrement zu erstellen. Damit wir dieses potenziell auslieferbare Produktinkrement erstellen können, synchronisiert sich das Development Team quasi jeden Tag. Diese täglichen Synchronisations-Meetings heißen Daily Scrum häufig auch Daily Stand-Ups. Dauern meistens nicht länger als 15 Minuten und werden vom Development Team für das Development Team abgehalten. Wenn jetzt das Produktinkrement geliefert wird, geht das gesamte Scrum Team mit der wichtigsten Stakeholder zusammen in die sogenannte Sprint Review. Die Zielsetzung der Sprint Review ist, Feedback der Stakeholder zu dem Produktinkrement einzuholen. Dazu demonstriert das Development Team mit dem Product Owner gemeinsam das Produktinkrement, stellt es den Stakeholdern vor oder lässt sogar die Stakeholder mit dem Produktinkrement interagieren. Das Feedback der Stakeholdergruppe ist in aller Regel oder sind in aller Regel neue Product Backlog Items. Wie der Name es schon sagt, wandern diese Items in unser Product Backlog. Je nach Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser Items priorisiert der Product Owner diese wiederum ein. Sind es Themen, die essentiell sind und direkt im Anschluss geliefert werden sollen, gehen sie wahrscheinlich relativ weit oben ins Backlog rein. Sind es Themen, wo wir eher von Nice-to-Haves sprechen und thematisch auch später adressiert werden können, wandern sie wahrscheinlich etwas tiefer in das Product Backlog. Auf die Sprint Review folgt die sogenannte Sprint Retrospektive. Ziel der Retrospektive ist, dass wir an der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, kontinuierlich arbeiten. Wir reflektieren als gesamtes Scrum Team unter der Führung des Scrum Masters, wie beispielsweise der letzte Sprint gelaufen ist im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit, im Hinblick auf unsere Technologie und so weiter und so fort. Ein gutes Scrum Team leitet aus der Retrospektive mindestens eins sehr konkretes Action Item ab. Dieses Action Item, im japanischen auch als Kaizen, gute Veränderung genannt, wandert idealerweise direkt in unser nächstes Sprint Backlog. So stellt das Team sicher, dass zum einen im nächsten Sprint Planning um dieses Kaizen herum geplant wird, zum zweiten im Laufe des nächsten Sprints Transparenz da ist, was wir konkret unternehmen wollen, um als Team besser zu werden, kontinuierlich weiterzukommen. Im Anschluss an die Retrospektive steht direkt unser nächstes Sprint Planning an. Wenn wir jetzt in unserem ersten Sprint Planning alle Items aus dem Product Backlog übernommen haben, die klein genug waren und ein gewisses Level an Detail haben, stehen wir jetzt bei unserem zweiten Sprint Planning vor einem Product Backlog, was nicht ganz so gut aufbereitet ist. Und um genau diese Herausforderung zu adressieren, gibt es ein sogenanntes Product Backlog Refinement, auf Deutsch Produkt Backlog Verfeinerung. Im Zuge dieses Product Backlog Refinements, was meistens einige Tage vor dem Sprint Planning stattfindet, also in der Delivery Phase des ersten Sprints als Beispiel, würden Product Owner, Development Team eventuell mit den wichtigsten Stakeholdern das Product Backlog wieder in den Zustand bringen, dass wir im nächsten Sprint Planning damit arbeiten können. Sofern dies gut gemacht wird, können wir im Anschluss an die Retrospektive direkt in unser nächstes Sprint Planning eintreten. So durchläuft das Team Sprint für Sprint für Sprint für Sprint alle Events, von denen wir eben gesprochen haben und idealerweise liefern sie mit jedem Sprint auch ein Produkt Inkrement aus. Sofern diese Produkt Inkremente regelmäßig in Interaktion mit den Stakeholdern gereviewt wurden, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der Produkt Inkremente am Ende des Tages ein Produkt ausliefert, was unsere Stakeholder glücklich und zufrieden macht und unser Product Owner somit letztendlich das initiale Ziel glückliche und zufriedene Stakeholder erreicht. Das war Scrum in aller Kürze. Wir hoffen, es war wertvoll für euch und werden euch darüber updaten, sobald weitere Videos zu diesem Thema zur Verfügung stehen. Herzliche Grüße. Sorab. CEZD Kings Sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020